Willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei Borderlands. Irgendwie muss ich mir jetzt mal einen Kopf machen, wie ich jetzt an diese Mission gestalte. Das ist ja echt heavy. Ich meine, hey, hallo. Ich habe hier keine Möglichkeit noch irgendwie, um mein Leben zu kämpfen oder sonst irgendwas, weil ich im Endeffekt nur noch 59 mal Gesundheit habe. Und der ist Level 6. Okay, den kann ich noch besiegen. Aber ich brauche Gesundheit, definitiv. Was waren denn das für Vögel? So eine Vögel. Okay, ich brauche Gesundheit. Alles klar. Wo muss ich lang? Ich muss eh hier lang. Also es nützt nichts. Welches Level? Oh, 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 oh. Ah, Spucker sind nicht gut. Erstmal die Spucker weg. Der ist platt. Okay, alles klar. Da ist, da ist. Das muss ich holen. Zack, habe ich. Komm, lad nach, lad nach, lad nach. Mach die Scheiße, lad nach. Ja, habe ich. Ah, Mist. Das ist Spucker. Scheißvieh. Facewalk. So, geht doch. Ich bin immer so aufgeregt. Tut mir leid, wenn es so laut ist. Ah, 33 Dollar. Hier. So, und jetzt muss ich mal gucken. Wo kriege ich denn hier noch Gesundheit her? Okay, der ist platt. Der ist platt. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen hier. Oh, eine schöne Waffe. Nee. Eine Scheißwaffe. Habe ich die andere jetzt weggeschmissen? Ich denke nicht, ja. Die ist ja komisch. Da ist ja wieder einer. Und da ist auch einer. Level. Das ist SCAR. Ach, du Schande. Der ist Level 8. Nicht gut. So, nehmen wir mal die Combat Rifle. Laden wir gleich mal nach. Oh, 36 Schuss. Das könnte was werden. Die müsste man aber erst mal austesten. SCAR. SCAR, du Sack. Oh, ich habe das Gefühl, das bringt überhaupt nichts. Oder? Vielleicht doch. Äh, keine Munition mehr. Oh, nein. Ah, weg, weg, weg. So, nachladen. Komm. Lade nach, lade nach. Habe ich bemerkt. Komm, noch einmal. Ein ordentlicher Schuss. Noch, komm, komm, komm. Lauf weg, lauf weg. Ja, okay. Du bist klein, Mist. Komm her. Dadurch, dass du kein Spooky bist. Oh. Hey. 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 Oh. Da ist das Bein. Juhu. Aber, ihr Lieben. So läuft es natürlich nicht. Ich habe dieses Bein erhalten. Und es trägt deinen Namen. Ich brauche aber noch ein bisschen Energie hier. Ach, da hätte ich eigentlich schon die nehmen können. Ihr seid Level 6. Oh, nein. Ein Spooky. Ein Spooky. Mensch, Mensch, Mensch. Jungs, ihr macht es mir aber auch nicht einfach. So, wir laden gleich mal hier nach. Nachladen, nachladen. Komm, komm, komm. Und dann gucken wir hier nach. Ist alles voll. Das sieht auch wieder gut aus. Hier, guck mal. Schön. So macht man nämlich Geschäfte, ihr Lieben. Oh, wir sind gleich Level 8. Das wäre toll. Und hier? Alles nehmen. Ah, jetzt gibt es bestimmt eine schöne neue Waffe. Yes. Die hat weniger Bums. Bringt nix. Die. Muss man mal weggehen. Bringt mir auch nix. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Was haben wir denn hier noch? Ach so, das war das. Ja, und jetzt heißt es... Diese andere. Warte mal, warte mal, diese. Ah, nee, die andere machen wir mal später. Ich würde jetzt gerne hier eigentlich, wenn ich ehrlich bin, zurückgehen. Nee, das bringt uns nix hier. Komm. Wenn sie weniger Waffenbums hat, bringt es ja nix. So, jetzt liefern wir das Bein ab. Aha. Es geht wieder los. Ruhe. Ah. So. Ihr könnt mich mal... Okay, was hat der? Der hat eine schöne Pulle liegen. Und du? Und du? Du auch. Hahaha. Ja, Frau Lück, da haben sie gut lachen. Nee, das ist eine Granate. Aber das ist eine Pulle. Sehr schön. Und was ist das hier? Haben wir schon. Okay. Kurze Orientierung. Wir müssen hier um dieses... Um dieses Gefüllte hier herum. Aber wo können wir denn hier lang? Das sieht auch gut aus. So, und dann geht sie da hoch. Ja. Es tut mir leid, wenn ich so oft auf die Karte gucken muss. Aber manchmal ist das nicht ganz so eindeutig. Und jetzt einfach bloß... Da lang. Haha. Sehr schön. Kommen sie, kommen sie. Da kommen auch keine Gegner mehr, oder? Gegnern habe ich nämlich jetzt keinen Bock mehr. Ja, wenn ich ehrlich bin im Moment. Ja. Kann man hier noch was holen? Nee, hier ist noch eine Stadt schon. Was war das hier? Achso. Okay. Kann ich mich noch nicht so richtig dran gewöhnen. Ich muss erst mal zurück zum... Ach, wie heißt der? Zu Baha. Baha. Von dem und Russ. Halte eh, wenn du eine Waffe einsammelst, da, um sie automatisch zu laden, wahrscheinlich. Oder so. Wegpunkte und hast du nicht gesehen. So. Da sind wir wieder. Lange nicht gesehen. Auf geht's. Hoppala. Ja. So. Da ist wieder ein... Ein Welpe mit Level 2, den wir relativ mit unserem Nahkampf fertig machen. Meinte ich. Oh, der ist natürlich auch nicht schlecht, aber bringt uns nichts. Der hat zwar mehr Zielgenauigkeit, aber das hat keinen Sinn. Nee, nee, nee. Ich bräuchte ein bisschen Gesundheit, wenn ich ehrlich bin. Hä? Wer schreit? Hey. Wer ist das? Und hier noch? Ach, das ist so geil. Unser Nahkampfschaden ist nicht schlecht. Und bald sind wir auch Level 8. Palim, palim. So. Wir wollten ja hier lang. Und hier unten durch. Geht's vielleicht am schnellsten? Ja, genau. Ach, nee. Quatsch. Wir wollten ja zu diesem Franchise-Nehmer. Fiss dich. Hey, wo bist du? So. Das fetzt. Warte mal. Wo ist denn der? Wo ist denn der gewesen? Mensch. Ein XP, ey. Wirklich. Das ist gar nix. Das lohnt sich ja nicht mal. Aber. Ach, das fetzt. Gleiches Level ab, Jungs. Und ich krieg eine neue Schrotflinte. Und zwar jetzt gleich. Palim, palim. Hier. Bah. Ich bin hier. Kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde. Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Du hast deinen Kopf. Na, ist egal. Hier. Nimmer. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Bitteschön. Yeah. Reite die Welle, Alter. Reite die Welle. 50% Schaden bei kritischen Treffern. Hey. Alles klar. Da ist mein altes Bein. Sieht ein bisschen angekaut aus. Aber ich glaube, ich kann es reparieren. Danke, dass du es mir zurückgebracht hast. Wer Wind seht, Level 9. Ne, 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 ne. Sammle 8 Klingenblumensamen und kehre zu TK Baha zurück. Das klingt gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Das war Level 9. Ich bin jetzt Level 8. Aber im Endeffekt, wenn ich nicht schnellstmöglich meine Gemüse pflanze, werde ich den Winter nicht überleben. Mir ist allerdings der Klingenblumensamen ausgegangen. Ich habe keinen Nachschub gebunkert, seit ich Skagali geschlossen habe. In den Höhlen, dort wachsen die Pflanzen richtig gut. Die Skagkotze ist ein prima Dünger. Wenn du für mich dein Leben und deine Körper hier kinderiskierst, bekommst du eine Belohnung. Okay. Alles klar. Die habe ich jetzt zwar angenommen, aber ich denke mal, dass ich die... Ich gehe erstmal zurück nach Firestone. Ich gehe mal zurück nach Firestone und gucke mal am schwarzen Brett, ob es dort vielleicht eine bessere Möglichkeit gibt, ein bisschen Geld zu verdienen. Also richtig passend tut mir das ja nicht. Wo müsste ich denn hin? Ja, ich müsste nämlich woanders hin. Ah, nee, 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 nee. Das passt mir nicht. Und dann müsste ich mal meinen Punkt vergeben. Oh, ich habe schon 205. Das ist cool. Wir sind jetzt Level 8 und das schon über die Hälfte. Hast du die Kammer noch nicht gefunden? Welche Kammern? Ach, halt die Fresse. Ich gehe mal zu dem Typen hier. Vielleicht hat der ja was für mich. Ruf mich, wenn ich dir helfen kann. Ich mache nicht gern Komplimente. Aber das war gut. Ist ja nett von dir. Brauchen wir nicht. Hier die Kiste. Geld. Okay. So, was gibt es? Ein besseres Schild? Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist alles egal. 70? 50? Äh, nee. Schilde bringen nichts. Äh, da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt gucken wir mal kurz auf unseren Plan. Na mal, ich wollte doch dieses... Welche ist denn das? Hier. Und. Zack. 15 mal 9. 9 mal 9. Komm. Reite die Welle, Alter. Oh, cool. Das muss ich mal ausprobieren. So, jetzt wollte ich mal noch gucken, welche Mission wir im Moment haben. Wer den Wind zählt. Warum sind wir hier? Datenschreiber. Einen habe ich ja schon. Jetzt ist es im Prinzip einfach. Wir nehmen diese Mission an. Und, ähm, verteilen noch einen Punkt. Und zwar nehmen wir den auf... Besseres Schild. So, dann haben wir das auch erledigt. Und wir haben schon ein wenig mehr Schild. Na gut, okay. 5%. Also, in dem Sinne... Bis hierher. Warte mal. Ich muss mal irgendwo noch speichern. Geht das? Hm. Mal gucken, ob man hier speichern kann. Nee, hier nicht. Aber ist egal. Wir nehmen die andere Mission nochmal an. Halt, wo ist sie? Wir machen mal so. Und dann machen wir mal so. Und dann machen wir mal... Mission. Und... Tschüss.